Moin Leute, Luki und willkommen zu einem weiteren Part of the Binding of Isaac Rebirth. Okay, let's go. Ähm, New Run, Hard Mode, ähm, und... Random. Cain, ist in Ordnung, sag ich jetzt einfach mal so. Oh mein Gott, hab lange nicht mit Cain gespielt. Eigentlich halt nur mit Isaac. Weil ich immer noch auf der Suche nach Super Meat Boy bin, aber ich krieg ihn einfach nicht zusammen. Nee. Es wird nichts, irgendwie, hab ich so das Gefühl. Irgendwie. Warte. Alter, alter. Spannt euch mal. Ah, eine schöne Runde Isaac mal wieder hier. Komm auch ein bisschen schon nicht mehr. Hm, ja. Ich nehm die ja immer gleich schon mit. Keine Ahnung warum. Ich mein, ob ich sie jetzt verliere oder irgendwann anders, ist doch egal. Ich hab ja keins gerade, ne. Da kann ich das denn mal mitnehmen. Oh cool. Das ist jetzt zwar nicht mein liebstes Buch, ne, aber... Ja, es gibt halt viele, die besser sind. Fast alle. How to jump ist natürlich das Beste von allen. Wissen wir ja. Ah, aber ich hab keine Bombe. Oh. Oh, jetzt ist es noch ärgerlicher, dass ich keine Bombe hab. Ich glaub, ich könnte an beides rankommen. Mal kommen. Ich hab nochmal denselben Effekt bekommen. Ernsthaft. Ja, da hättest du ne Bombe mit drin gespawnt, ne? Ich hab ja ausgerastet. Na. Och komm. Ähm. Schade. Hättet ihr sein können? Judgment. Ja, bringt mir eigentlich nichts. Widow. Ach, der schwarze, ne. Ja. Es spawnen immer so viele von den großen Spinnen. Oh Gott. Nein. Ey, bitte, dass auch kein... Keller gleichkommt. Aber ja. Natürlich. Ich dachte, er springt nochmal. Kann schön die Spinnen besiegen. Aber nein. Oh mein Gott. Los. Störp, 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 störp. Ah. Och Mann. Ach komm. Ey, das ist doch... Ein Scherz, oder? Ist doch ein Scherz. Hätte das nicht... Aber wie heißt denn das? Ein Item. Dass es einen Bomben gibt. Ah, ich hab den Namen vergessen. Obwohl eigentlich ist... Ist gar nicht so schlecht. Der Steven. Hier, der little Steven, ne? Ach komm, jetzt her, da. Noch ein Schlüssel. Och komm. Ich brauch Bomben. Bombs-Aki wäre jetzt angebracht. Auf jeden Fall. Jawohl. Och, jetzt. Jetzt aber los, Mom. Die Black Candle. Und da ist auch noch... Mann, was ist denn los? Ich hab einfach... So viele... Äh... Tinted Rocks. Hm. Nicht wahr. Mist, da... Ah, warte, das ist eigentlich ganz gut. Den nehm ich mit. Der ist... Perfekt. Oh mein Gott. Will ich den hier einsetzen? Ja, ich krieg ne Bombe dafür. Und? Zwei Bomben. Yes, Mann. Oh, wisst ihr was? Ich ball die Bomben. Scheiße. Ich könnte... Gerade... Ne. Einmal nur Kopf schütteln. Ach du leid, raus, Mann. Yeah, Münzen. Oh, ich hab sieben. Ey, ich glaub, es geht los, Mann. Ich werd einfach schon wieder rein. Äh, komm, machen wir das hier auch einfach auf. Ah, wir nehmen einfach. So, die holen wir uns auf jeden Fall. Zack. Zwei. Und? Die Bombe ist... Perfekt gelegt. Wollte ich nur mal so sagen. Ich hätte halt noch die... Wie viele Münzen? Fünf Münzen, das wär. Und doch ein blaues Herz gewesen. Ja, wär's gewesen halt, ne? Jetzt ist die Frage. Ich glaub, ich mach's nicht. Denn wozu... Hab ich Mr. Boom, ja. Wobei Mr. Boom ist eigentlich stärker, ne? Oder? Ich denke ja. Ja, ich mach einfach... Ich mach einfach mit, Mr. Boom. Ich hab jetzt ja schnell aufgeladen. So wie ich. Ich bin auch schnell aufgeladen. Vor allem, wenn... Wenn so ne Kacke passiert, ja? Ich hab einfach... Wie viele waren's? Fünf oder so, ne? Äh, fünf, Mann. Das ist schon viel. Ah, jetzt ist die Frage, nehm ich das mit? Ja. Ich denke ja. Deck go. Yes. Dankeschön. Da zeigen die mir mal, dass, ähm... Dass sie mich doch nicht hassen. Oder hassen sie mich doch. Ich glaub aber, der ist viel besser. Ähm... Denn damit können wir auch die Steine wegbomben. Und noch viel mehr. Wir können halt viel besser Gegner treffen, ne? Ah, wir können's ja werfen. Und nicht nur legen. Ja, komm, öffnen wir die schnell. Wie viel... Sechs Minuten, ey. In letzter Zeit brauch ich immer so lange. Ich weiß auch nicht, warum. Na. Ey. Oh Gott, ich wollte mich grad fragen, wie so der Stein weg ist. Ich hab das Herz auch nicht gesehen. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber der ist... Oder war er da die Spinne, ne? In der Nähe. Mhm. So nett können die Spinnen sein. Auch wenn die eine mich getroffen hat. Alles, die ist eigentlich voll gut, gut gerade. Wollen wir hier... Ja, komm. Jetzt haben wir hier Bob's Brain und Bob's Head. Gleich müssen wir noch Bob's Curse kriegen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber eigentlich kann ich mit Bob's Brain ziemlich gut umgehen. Eigentlich. Äh, eigentlich will ich die erst mal wegmachen. Ähm. Wir gehen schon rein. Los, mach. Wow. Kippt ja vorbei. Zack. Boah, er macht halt auch viel Schaden. Obwohl, es ist, äh... Wie heißt der? Polygon oder so, ne? Ne, keine Ahnung. Gibt's... Echt... Ja, kein Plan, wie der heißt. Pentagramm. Yes. Oh mein Gott. Hm. Jetzt will... Will ich eigentlich... Bobs, äh... Head behalten, oder? Wenn... Oder will ich Krambus mitnehmen? Ah, ich bekomme ihn eh nicht, also ist das egal. Danke, dass ihr mir diese Wahl erspart habt. Dankeschön. Ich hab goldenen Schlüssel. Oh, help mine. Jetzt wäre natürlich... BBF besser. Wir nehmen es aber mal mit, ne? Ich glaub zwar nicht, dass wir es noch... Dass wir noch Gabi oder so werden. Aber vielleicht bekommen wir Rotten Baby. Ich bin Juicy's Zack oder... Äh... Mom's Wig. Mir fällt mir gerade nicht ein. Wow. Super. Ähm... Ich boah dann... Ne, Nicole, drumherum hab ich. Hä? Was war da drin? Ach ja. Bob Sprayen, ne? Will ich die noch weiter forschen? Ich denke ja. Wow, dass dann... dem einen vorbeigeflogen ist... ... und nach ganz unten den getroffen hat. Ist auch mal was ganz Neues, oder? Ich denke ja. Bob Sprayen. Du bist super. Ich mag dich. Ab sofort. Ja. Wie gesagt, ich kann eigentlich ziemlich gut mit dem umgehen, wie man sieht. Ich weiß, dass er manchmal nicht losfliegt. Meistens fliegt er nur mit Anlauf los. Das ist eigentlich ziemlich wichtig zu wissen. Weil wenn ich jetzt so außen stand, dann dauert es ein bisschen. Und wenn ich jetzt mit Anlauf, dann macht er es sofort. Vielleicht ein kleiner Typ, ne? Hm. Ja, brauche ich eigentlich jetzt nichts. Hm. Das ist jetzt schwer. Da könnte was richtig Gutes drin sein. Och komm. Och komm. Hm. Wie viel Damage habe ich? Wie? Wow. Vier. Aber, ey, das ist schon echt schwach, oder? Ein rotes. Ein halbes rotes vor allen Dingen nur. Wow, und ne Bombe. Ah, ich hab keine Ahnung. Na gut. Ach, ne. Stirb. Gib mir meinen Schlüssel. Halbes rotes Herz, Mann. Ich glaube, es geht los. Nein. Ah. I can't see forever. Wollen wir noch. Der ist bestimmt da oben, oder? Ja, hab ich mir gedacht. War ich mir mal denn doch zu unsicher. Ja, das nehmen wir mit. Den mir Ja. Äh. Äh. Hier. Den Goathead. Ich sag mal. Ich sag mal, es läuft, ne? Ich sag mal, es läuft. Ähm. Zack. Dann können wir die aufmachen, ja. Auf einmal fehlen mir die Schlüssel. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Eben hatte ich null Bomben und drei Schlüssel und jetzt hab ich sechs Bomben und ein Schlüssel. Ach, scheiße. Wow, ich dachte ich dachte halt, sie wäre weg. Und als ich kill die One-Shot, das ist schon mal sehr gut. Bitte. Ja. Eigentlich will ich die mitnehmen. Sorry. Sorry. Gifts Bombs. Ja, guck mal, perfekt. Brauch ich, äh, Bob's Head ja eigentlich nicht mehr. Krieg ja jetzt meine Bomben. Hab auch eigentlich genug. Noil. Äh, hier mach ich mal. Besten Dank. Schlüssel ist gut. Und bei Münzen. Heißt, wir müssen in den Shop. Hoffentlich finde ich ihn. Ähm. Ja. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade da durchgehen, aber leider nicht. Rechts, ja. Gehen wir rechts. Mal los. Nice. Voll ins Feuer rein. Ach Gott, nee. Flieg mal drüber. Oh Gott, nein. Ach, ich wollte den anderen treffen. Ja, komm, das lohnt sich. Oder? Oder? Na ja. Geht so, ne? Spiel mal da dran. Ein bisschen. Wir haben einfach die in die Luft. Was ist das? Eine Pille. Range down. Ja. Perfekt. Ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also da dran zu spielen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Muss man sagen. So, das ist sehr gut. Ich freue mich. Dankeschön. Oh wow, ich kriege aber auch echt gerade... Ich glaube aber echt gerade gute Sachen. Äh, du stehst mal da hin. Was ist das? Range down. Sorry, aber nein. Das will ich nicht. Los, 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 los. Na. Ah. Hm. Da, Alter. Also so würde ich mal sagen... Luck up. Ja. PhD. Ich würde... Ja, nehmen wir das nach. Ah, das ist Rage up jetzt. Nice. Hm. Ja, Boss. Wow. Wow. Das ist Spawner, ne? Ich glaube, ja. Ja, ist es. Ich muss hier links stehen. Sonst trifft mich Bob's Brain immer. Weil die Range da zu kurz ist. Los, los, los. Ach, er ist schon weg. Hm. Das war ja leicht. Alter, was habe ich für Item-Glück gerade, Mann. Squeezie jetzt auch noch. Zack, 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 zack. Und? Ja, wahrscheinlich. Ähm. Ja, da ich Gabi mitnehmen will. Ja, wir haben auch viel Glück, ne? Da ich Gabi mitnehmen will. Hm. Da habe ich den ja umsonst so gesehen mitgenommen, ne? Also, wenn man es so sieht, ne? Es war zwar jetzt nicht umsonst, aber da ich, wie gesagt, die Dead Cat mitnehmen wollte, war ja ja umsonst. Umsonst. Will ich da rein? Ja, los. Schön. Schön, schön. Nein, 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 nein. Nein. Ich komme da nicht rüber. Oh. Ich will fliegen. Sowas von. Zwei Herzen und, äh, eine goldene Karte. Darum geht die mal rein. Scheiße, ich kann den nicht, ich kann den nicht ganz gut machen. killen. Zack, zack, zack. Wie viele? Haben wir noch vier? Okay. Ist aber ganz gut. Da wir auch viele Tiers feuern, ne? Ah, ich kann mir die Brimstone nicht machen. Ich bin zu blöd dazu. Er kommt gerade in dieser Sekunde ernsthaft. Wow. Ja, hier ist der natürlich gut, ja. Hier ist der natürlich gut in so einem Raum. Eben war er auch gut, aber... Naja. Wir pumpen einfach mal ein paar Sachen. Kriegen noch ein Herz. The Emperor. Bombe, bla bla. Ja, ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Wir suchen noch Shop und Dingsons. Goldraum, genau. Und dann benutzen wir die Emperor. Ja, doch. Warum nicht? Oder soll ich mir jetzt die Emperor aufbewahren? Für irgendwie Isaac-Ebene. Ja, ich denke doch, ich bewahr sie auf. Ich hab keinen Bock da drauf. Oh Gott, nein. Wow, ich hab mal aufgepasst. Sonst laufe ich da mal in die Ecke rein. Ah, jetzt fehlt mir natürlich Bob's Brain gerade. Gerade jetzt, wo ich ihn brauche, ist er weg. Ja. Dankeschön, dass du mich in den Stich lässt. Oh, Mann. Ich muss das machen, weil's so verlockend ist, aber... Jetzt kommt da kein Kacke raus. Schon zum zweiten Mal. Okay, gut, dass er jetzt hier weg ist. Ähm. Jetzt brauche ich ihn ja. Nice. Ach Gott. Los. Aus einer grauen Kiste kommt einfach was viel besseres, als aus der goldenen. So tief seid ihr schon gesunken, ey. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was ist das für ein Raum, ey. Nice. Freu mich. Eigentlich... Aber ich brauche nur den Shop, ne. Der ist eigentlich schon sehr wichtig. Vor allem könnte da... Die... FF, ne. Ja. Ernsthaft, dieses Krüppelteil, was der spuckt, hat mich noch getroffen, aber der tot war. Ah. Ich weiß gar nicht, wann kommt Bob's Brain. Ein halber, halber Minuten-Takt, ne. Oh. Ah, scheiße. Nice. Ähm, nicht so nice. War ich nämlich das mit? Das hier? Ich denke nicht. Ich denke nicht. So, entweder. Nein, nicht entweder. Ich brauche noch ein Gubi-Teil jetzt. Ich wollte gerade sagen, Gubi oder fliegen. Ein Gubi-Teil oder fliegen, ja, aber das macht keinen Sinn. Weil, wenn ich über das Gubi-Item bin, bin ich Gubi und kann fliegen. So gut denke ich wieder mit. Ja, läuft. Ich sollte hier auch mal auf Steine achten, aber hier sehe ich selten welche. Ja, ich habe so viele Bomben. Und es hat sich nicht gelohnt. Loki. Alder Loki. Nein. Perfekt. Damage und Range up. Hm. Das ist scheiße. Wo bin ich jetzt eigentlich? Äh, Necropolis, ne. 1. Deaths, 1, ja. Egal, ist das gleiche. So gut wie das gleiche. Oh, ich muss es machen. Da kann Gubi drin sein. Hm. Hm. Wie es sich einfach nicht gelohnt hat, mal wieder. Es lohnt sich doch nie, oder? Weil es schon das dritte Mal. Ich habe einfach einen Luck von 3. Aber es ist egal. Oh, zum Glück kommt er her. Du kannst nichts. Sask ist das, ne? Okay, das war's. Denn will ich da noch einen? Ey, bitte. Gerade nur Leben verloren. Nur wegen Kacke. Totale Bullshit hier. Eigentlich will ich die... Oh, komm schon. Ich sterbe wirklich noch, ey. Ich will aber nicht sterben. Eigentlich bin ich gar nicht so schwach, ne? Wie viel Damage hatte ich? Vier. Ich habe da noch ein... Damage ab aufgenommen. Oh Gott. Die kamen überraschend. Nice, bitte. Small Rock. Den dachte ich, quick it's head. Aber das kam auch nicht. Hm. War ja klar, oder? Ja, gehen wir rein. Ich bin da dran. Spreng's in die Luft. Äh. Ich bleib bei Poison Shots, glaube ich. Ach. Gott, was tue ich denn? Ich glaube, jetzt geht's los, Mann. Ich bin einfach nochmal gegengelaufen. Es wäre eigentlich schlau, das jetzt einzusetzen, oder? Na, ich warte noch ein bisschen. Ich warte mal noch ein bisschen. Ich... Ah, ich kann aber nicht... ...ein Devil Deal wieder zurückhalten. Hm, das ist gerade schwer. Na, mal gucken. Wo ich das nächste Mal getroffen werde. Super. Torfahrts. Das wäre nice, wenn es noch eine Suicide King. Wow, Alter. Was geht denn jetzt ab? Was kommt da denn alles? Adel. Hm. Ey, das gibt's doch nicht. Abel. Kommt zu mir. Wie wir es nicht alle, ne? Abel Run. Gewonnener Run. Ist immer so. Deswegen gibt's Abel, ne? Damit man weiß, ne? Der Run ist gewonnen. Wenn ich ihn einsammeln. Wo kam die Bombe her? Ich glaub, jetzt geht's los, Mann. Die wollen echt noch, dass ich das verliere. Na ja, was war das, Torfahrt, ne? Was kann den Run jetzt noch retten? Sowas wie... So was wie... Wie heißt das eine... Chemical Rogue oder so, ne? Oder Abaddon. Wow. Die halt Herzen geben, ne? Oder halt einfach sowas wie Mom's Knife. Das sollte ich mit einem Herz auch schaffen. Denk ich mal. Ich wollt grad sagen... Ich hab voll viele Münzen, geh ich nochmal zum Shop. Aber ja, da war ich doch gerade eben... Oh nein! Shit. Ich mach einfach noch... Den Rest jetzt hier fertig. Ich mach einfach noch den Rest. Ah ja. Bevor ich zu weit zurücklaufen muss. Behol ich's doch jetzt. Ich will halt noch nicht... Nein. Ich will halt noch nicht, ähm... Die Pau einsetzen, also die Foto. Na, ist ja klar warum. Denk ich. Naja, gut. Jetzt, äh, kann's anstrengend werden. Ich wollt grad auf Abel schießen, weil ich dacht, das wär ein Gegner. Scheiß Abel. Komm, komm, komm. Nice. Das war gut. Das war wichtig. Was, Pops, Brain? Komm wieder. Ach. Isaac! Let's go, man. Nicht wahr, oder? Ich glaube, wenn ich den nicht mitnehme, besteht halt die Chance, dass ich gleich noch ein Angel-Deal bekomme. Das will ich eigentlich eher nicht. Ich kann's nicht machen. Lol. Wo kommt die denn her? Aber guck mal, so kann sich das schon wenden. Ich brauch auf einmal sechs Herzen. Nein, die mach ich jetzt nicht auf. Na, goldenen hätte ich's mir vielleicht doch mal mal belegt, aber da halt einfach nicht. Ich lächerlich, ich schaden, ich kriege mal. Nicht mehr feierlich, ist das. Wow, den kenn ich noch gar nicht. Den kenn ich nicht. Stirb einfach, Mann. Dankeschön. Ich würd's mal so sagen, ich... Ja. Das hab ich jetzt eigentlich im ersten Moment nicht gedacht, dass man da wirklich durch kann. Scheiße. Nein. Es läuft super. Applaus für mich, Mann. Echt. Ey, jetzt. Jetzt. Jetzt will er auch, dass ich sterbe, oder? Scheiß Bob's Brain, Alter. Guck mal, jetzt bereue ich, dass ich ihn mitgenommen hab. Ey, komm. Ich bin auch so schwach. Hink, man. Wird ich vorhin gebraucht? Ja, scheiße. Warum mach ich das? Warum hab ich das getan? Braue ich immer noch nicht. XXL, warum? Na, scheiße, Mann. Ich muss. Ich glaube, nämlich, da ist der richtige Weg. Ach komm, wie viele sind hier drin? Ich glaube, ich werde hier sterben. In dem Raum. Ich hoffe nicht. Ich lasse mich den Raum einfach schaffen. Ich kann im nächsten sterben. Komm, es sieht gut aus. Sieht gut. Es sah so gut aus. Alter, lächerlich, Mann. Wie sich von irgendwas nach oben gedrückt worden. Genau dahin, wo ich natürlich hingelaufen bin. So, und ich muss jetzt auch mehr auf Bobs Brain achten, wenn ich ihn hab. Ich mein, was ich jetzt abgeliefert hab, war wirklich kacke. Das kann ich besser auf jeden Fall. Nein. Och, Mann. So eine Räume sind einfach nur der letzte Abfuck. Ich muss auch Lead Brimstone viel öfter schießen lassen. Daran denke ich halt nie. Ich glaube, ich warte noch. Ein bisschen, oder? Oder einfach reingehen und sterben. Ach, er auch noch. Da will ich ihn lieber nicht haben, den Bobs Brain. Ich glaube, er bekommt... Na, nochmal. Los, geh. Der Magic Mushroom. Oh. Mann. Warum bekomm ich nur Kacke? Ey, das ist... Nee, das ist der letzte Müll. So, machen wir das Herz aber weg. Und ihr wisst gar nicht... Das hat sich gerade alles so zum Rücken geändert. Wir haben ein Damage von... Keine Ahnung. 7 drüber. Auf einmal. Auf einen Schlag. Ich wusste gar nicht, dass der Magic Mushroom hier kommen kann. Also auf der Ebene. Ey, der Magic Mushroom, ne? Er hat gerade wirklich alles geändert, Mann. Wirklich einfach alles. Ich weiß noch gar nicht, wo wir die ganzen... Aua. Herzenerben. Alter. Das hatte ich auch noch nie. Hat sich aber auch nicht gelohnt. Nein. Dabei können wir... Alle... Äh... Kisten aufmachen, ne? Mit Schlüssel. Glaub ich umsonst. Soweit ich weiß, alle, ne? Oder nur manche. Bin ich mir nicht sicher. Scheiße. Ich will noch... Gappi werden. Mann. Ah. Fool. Braucht doch keiner. Ich muss... Ich muss da rein. Sorry, aber ich muss. Ah, ich kann nicht. Ja, super. Na wohl. War jetzt vielleicht nicht gut, aber schlecht war es halt auch nicht. Ich habe halt... Plus, minus ein Herz gemacht. Ne, plus, minus null Herzen meine ich. Verhofftssache plus, minus ein Herz. Hä, was? Das macht wohl keinen Sinn. Na ja. Plus, minus zwei Herzen. Oder so irgendwie. Man merkt, ich, äh, spiele zu... Zu lang einfach. Der Run muss endlich bändet werden. Ich glaube, haben wir wieder nur... Bullshit. Gib mir den HP ab, bitte. Gib mir den Scheiß-HP ab. Jetzt... Drei Herzen, würde ich sagen. Geile drei Herzen. Oh, stellt euch mal vor, wir kriegen... Wenn wir der Chest-Win nicht jetzt mal ein Bucket of Laat, man. In sechs Herzen. Ich habe das Her... Ich habe Bob's Fan daneben geschossen gerade. Los, man, ich bin stark. Na, geht's von dann, aber... Scheiße. Na, ich bin gar nicht stark eigentlich, aber naja. Na, im Ernst? Los, 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 los. Nice. Warte, 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 warte. Warum habe ich die Lemon-Party? Warum laufe ich da rein? Scheiße. Ich musste da kurz noch einen blauen Stein... Äh, nach einem... Ach ja, nach einem blauen Stein checken. Auch wenn er nicht blau ist, ist ja egal. Oh, rote Kiste. Ich hätte sie heute noch öffnen können, aber... Egal. Habe ich jetzt nicht mit angedacht. Oh, bitte. Dieser Ausweichskill, jetzt, was ist los mit mir? Nein! Warte, ich habe es mit mir nicht kommen. Was, mir sind doch noch die kommen. Bobs Brainer weiß ich gerade als gut. Das freut mich. Das finde ich super. Er macht halt mehr den Gegnern Schaden als mir. Das ist, äh... Was will man mehr, ey? Echt? Echt? Hoffen wir vielleicht mal nochmal auf Soul oder sowas. Oder... The Mind. Ne, das war nicht The Mind. The Body. Erkennst du das auch nicht schlecht. Oh, das nehmen wir auch noch. Gives Money. Brauchen wir zwar nicht, aber... Außer wir kriegen noch... Money in Quids Powerhouse. Ja, irgendwie nur Geld dafür eigentlich. Komm. Los, 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 los. Ne Batterie. Ah, die können auch ganz anstrengend gerade werden. Sonst werden die auch... Oh nein. Ach, bitte. Los, flieg. Ich flieg halt zu ihm. Auch gut. Abel. Los, Abel. Freifahren, Abel. Oh mein Gott, er carried das Game gerade, Mann. Seht ihr das? Yes, Mann. Das hätte ich schon mal geschafft. Okay, wir müssen auf jeden Fall ihn als letztes killen. Wenn das möglich ist. Okay, habe ich ja schon mal geschafft. Na, habe ich ja schon mal geschafft. Können wir nochmal ein blaues Herz. Und wieder tausende Schlüssel und Bomben. Hey, wir geben mir Steam Sailor. Das können wir behalten. Das können wir sowas von behalten. Mal haben sie auch behalten. Ja, das ist nicht so ganz gut. Ach komm. Ach komm. Was soll ich tun? Wir killen mal am besten Mr. Bombenman da unten als letztes. Scheiße. So, danke schön. Und hoffen wir auf Mr. Mega. Mr. Mega. Hm. Denn halt nicht. Aber wir kriegen noch eine Chance. Oder ich will, glaube ich, eine Karte. Oder? Ey, was ist los mit dem? So, jetzt. Können wir nochmal schnell. Die anderen. The Moon. Ach. Das mache ich gleich. Hier ist es ab. Range up. Aha. Boards of Steel hätte es sein müssen. Ich muss hier locker lang. Schon allein, weil hier zweimal mega fett hier ist, muss ich hier bestimmt lang. Bestimmt der richtige Weg. Aha. Ich glaube, ich sterbe hier jetzt. Oder? Er ist weg. Komm mal aufs Brain. Bitte. Komm her. Hilf mir. Junge, wo bist du? Ja, jetzt. Drückt sich vor der Arbeit. Oh mein Gott, ja. Ey, dass das so spannend wird, hätte ich jetzt wirklich aber nicht gedacht. Ach, bitte. Los. Los, los, los. Gib mir HP ab. Das nehme ich denn nicht auf? Ich sterbe bestimmt gleich. Ja, Mann. Ja, das ist sowas von geworden. Oh nein, nicht so ein Raum. Der kann halt alles zerstören gerade. Auch wenn ich jetzt sterbe und das Herz aufnehme, könnte ich die alle hier verlieren. So, du fliegst mal. Nice. Bin sogar getroffen. Also, hier ist halt viel Platz zum Ausweichen. Das ist gerade sehr von Vorteil. Mal los. Na los, na los, na los, na los. Nein. Oh, er fliegt vorbei. Yo, ich hab's geschafft. Ey, das war natürlich falsch. Naja, super. Auch noch die. Auch die. Tenner. Oh Gott. Da. Also, da konnte ich jetzt wirklich nichts machen, oder? Machen wir jetzt ganz easy. So, sechs Herzen. Und Wafer. Heißt, wir können sehr viele Treffer einstecken. Und wir müssen... Wir müssen ja noch voll weit, oder? Wieso müssen wir noch so weit? Nein. Ach, kann wenigstens einer von euch sterben? Oh, hört auf. Viele Spinnen zu spornen. Alter. Ja. Nein. Kommt auch nicht her. Kommt auch nicht her. Ich hab ja. Vielleicht. Man weiß nicht. Das wäre so OP. Junge, was ist los? Ich hab das Item jetzt dreimal bekommen, aber okay. Juckt sie anscheinend nicht. Ich geh auf einen erstmal, glaub ich. Ja, los. Komm, komm, komm. Er ist weg. Los geht's, Mann, seid ihr bereit. Guck mal, Abel. Abel, seht ihr, seht ihr sein Gesicht? Der hat Bock. Der hat Bock. Ich sag's euch. Der hat Bock, den Blue Baby mal richtig auf die Trette zu geben. Seht ihr seine präzisen und gezielten Angriffe? Der hat Skill und, äh, aua. Eigentlich brauche ich ihn nämlich nur hier vorstellen, oder? Ich hab doch immer Polaroid und... Ich hab den Wafer und... Wow, der hält sehr viel aus. Oder ich bin einfach nur... Mega schlecht. Oder mega schwach, eher gesagt. Alter, was ist los mit dem? Und er kriegt mich nicht down. Er kriegt mich nicht down. Komm. Zum Abschluss lassen wir Bob's Brain angreifen. Oh. Triff uns nochmal schön selber. Das wäre jetzt peinlich geworden. Hätte ich nur noch ein halbes Herz gehabt. Aber naja. Aber naja. Was sollen wir machen? Dann würde ich sagen... Cain. Alter, mach das... Wenn du das nächste Mal drankommst, mach das nicht wieder. Hör auf damit. Das war nicht sehr nett von dir. So spannend das zu machen, ne? Alter. Was geht ab? Gut. Dann würde ich aber sagen... Was das... Hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Alles, Mom. Hallo, Mom. Tschüss, Mom. Tschüss.